Ich habe bereits Pizza bestellt. Und du wirst heute das Geschirr spülen. Was? Ich werde das Geschirr spülen? Komm schon Liebling, nur dieses eine Mal. Okay, ich werde das Geschirr spülen. Aber das wird das einzige und letzte Mal sein. Gut, ich gehe duschen. Bis später. Ich kann das nicht ertragen. Ich möchte nicht in dieser Wohnung leben. Ich muss etwas tun. Willkommen zu Hause, mein Sohn. Danke, Mama. Mama, das ist Robi. Hallo, Robi. Schön, dich kennenzulernen. Freut mich auch kennenzulernen, Tante. Bitte, nimm Platz. Ich bringe Tee. Dieser Tee ist köstlich. Ich liebe ihn. Danke, Robi. Ich kann dir nicht sagen, wie glücklich ich heute bin. Genau, Robi. Mama wollte dich unbedingt treffen. Ich wollte dich auch treffen. Es ist so entspannend hier. Also, ihr heiratet nächste Woche? Ja, ich bin so glücklich. Ich habe alles gekauft. Ich bin auch glücklich. Ist dein Vater glücklich, Robi? Ja, er ist sehr glücklich. Er sagte mir, dass er von meiner Wahl sehr überzeugt sei. Das freut mich zu hören. Ich mochte deine Gesellschaft wirklich. Du bist freundlich. Ich mochte dich auch, Tante. Mama, ich habe gute Neuigkeiten. Wirklich? Erzähl mir. Ich wurde befördert. Und wir ziehen nächste Woche in eine neue luxuriöse Wohnung. Gott sei Dank. Ich bin überglücklich. Es ist der glücklichste Tag meines Lebens. Gott segne dich, mein Sohn. Lucy, lass uns Pizza essen. Ich sterbe vor Hunger. In Ordnung. Ich komme. Klaus, ich habe gestern ein wunderschönes Kleid im Schaufenster gesehen. Könntest du mir etwas Geld geben, damit ich es kaufen kann? Oh, dazu wollte ich eigentlich mit dir sprechen. Finanziell, hat sich ein bisschen was geändert. Ich erhalte nicht mehr die Unterstützung von meiner Mutter wie früher. Wir müssen jetzt etwas vorsichtiger mit unseren Ausgaben sein. Und wie sollen wir unsere Ausgaben managen, geschweige denn neue Kleider kaufen? Ich verstehe deinen Frust, und es tut mir wirklich leid. Es ist nur so, dass ich es alleine regeln wollte. Das ist unglaublich. Ich hatte mich darauf gefreut, meine Garderobe für die kommenden Veranstaltungen zu erneuern. Ich verstehe wirklich, wie enttäuschend das für dich ist. Aber ich verspreche, es ist nur vorübergehend. Ich arbeite an einem Plan, um unsere finanzielle Situation zu verbessern. Es könnte eine Weile dauern, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das gemeinsam durchstehen werden. Können wir versuchen, vorerst mit dem auszukommen, was wir haben? Lucy, du musst die Situation akzeptieren. Du musst einen soliden Plan machen, um wieder bei seiner Mutter einzuziehen. Lucy, wo bist du mit deinen Gedanken? Ich denke, ich kann noch ein bisschen länger auf das Kleid warten. Danke für dein Verständnis. Und ich verspreche, alles wird gut werden. Ich werde in ein paar Wochen eine größere Wohnung kaufen. Ich sollte jetzt gehen. Ich hatte eine großartige Zeit mit deiner Mutter. Ich habe es sehr genossen. Ich habe es auch sehr genossen. Endlich heiraten wir nächste Woche. Ich bin so aufgeregt. Ich auch. Gute Nacht, meine Liebe. Gute Nacht. Ich kann das nicht mehr ertragen. Ich muss einen soliden Plan machen. Ich muss Klaus überzeugen. Ich habe über meinen Vater gelogen. Ich habe mein Zuhause verlassen. Ich habe viel geopfert. Ich kann hier nicht leben. Ich bin Lucy. Niemand kann mich besiegen. Ich werde alles bekommen. Komm schon, Lucy. Es ist Zeit, dein Drama zu beginnen. Guten Morgen, Liebling. Guten Morgen, meine Liebe. Hast du gefrühstückt? Ja, habe ich. Und unsere Haushälterin kam heute Morgen früh. Das freut mich zu hören. Okay, Schatz. Ich gehe jetzt ins Büro. Pass auf dich auf. Hab einen großartigen Tag. Ich muss dieses Dienstmädchen rauswerfen. Wenn sie hier arbeitet, wird Klaus niemals dieses Haus verlassen. Ich muss Klaus in Schwierigkeiten bringen. Ich werde nicht in diesem Haus bleiben. Hey du, komm her. Ja, gnädige Frau. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe Kopfschmerzen. Geh und bring mir eine Tasse Tee. Mit Vergnügen, Madame. Ich bin gleich zurück. Was für ein Tee ist das? Was ist passiert, gnädige Frau? Dies ist total schlechter Tee. Du weißt nicht, wie man eine Tasse Tee macht, du idiotisches Mädchen. Es tut mir leid, gnädige Frau. Aber ich habe perfekten Tee gemacht. Niemand hat sich zuvor beschwert. Halt den Mund. Du weißt nicht, wie man richtig arbeitet. Gnädige Frau, ich weiß, wie man arbeitet. Warum tun Sie das? Genug ist genug. Du hast deine Grenzen überschritten. Pack deine Sachen und verschwinde sofort. Du bist gefeuert. Geh zur Hölle. Ich kündige diesen Job. Du bist ein verrücktes Mädchen. Verschwinde sofort. Ich muss Klaus jetzt überzeugen. Ich werde in diesem Luxushaus leben. Lucy, du siehst krank aus. Geht es dir gut? Schatz, ich bin krank. Ich fühle mich nicht gut. Was ist passiert? Wo ist unser Dienstmädchen? Sie hat diesen Job verlassen. Sie war wirklich unhöflich. Was? Sie war ein gutes Mädchen. Wie kann sie diesen Job verlassen? Ich weiß es nicht. Sie ist weg. Bitte, lass uns von hier gehen. Ich kann hier nicht mehr bleiben. Lucy, ich habe noch nicht genug Geld. Ich kann jetzt nicht umziehen. Klaus, ich werde hier sterben. Lass uns zurück zu deinem Zuhause gehen. Wir werden bei deiner Mutter leben. Das kann ich nicht, Lucy. Du und Mama werdet euch streiten. Das kann ich nicht ertragen. Wie können wir in dieser Wohnung bleiben? Wir haben auch kein Dienstmädchen. Wer wird sich um diese Wohnung kümmern? Lucy, wir können jetzt kein neues Dienstmädchen einstellen. Samstag und Sonntag sind Feiertage. Was? Wer wird zwei Tage arbeiten? Wer wird kochen und abwaschen? Keine Sorge. Ich mache den Abwasch und wische den Boden. Du musst nur kochen und die Wäsche machen. Klaus, was sagst du? Ich kann diese Hausarbeiten nicht machen. Lucy, du musst nur zwei Tage warten. Nach zwei Tagen bringe ich ein neues Dienstmädchen. Du bringst mich in eine schwierige Lage, Klaus. Das habe ich nicht verdient. Ich weiß, es ist hart für dich. Aber wir müssen einander unterstützen. Oh mein Gott. Mein Plan ist zum zweiten Mal gescheitert. Ich wünschte, ich hätte dieses Dienstmädchen nicht gefeuert. Lucy, hörst du mich? Okay. Ich werde dich unterstützen. Das ist der Geist, den ich will. Lucy ist sehr gerissen. Sie hat meinen Sohn in die Irre geführt. War ihr Vater ein Hausmeister in unserer Firma? Ich muss das herausfinden. Gnädige Frau, Sie sind immer noch hier. Ist alles in Ordnung? Mir geht es gut. Kennst du den Hausmeister, der hier gearbeitet hat? Ja, gnädige Frau. Er ist vor ein paar Tagen gestorben. Was? Es ist wahr. Er hatte eine Tochter, aber niemand weiß, wo sie jetzt ist. Ich möchte seinen Lebenslauf sehen. Ich möchte seine persönlichen Daten jetzt sofort. Sicher, gnädige Frau. Ich bringe diese Dokumente sofort. Hier ist seine persönliche Akte. Danke. Du kannst jetzt gehen. Das bedeutet, Lucy ist arm? Ihr Vater war hier ein Hausmeister? Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren. Bis zum nächsten Mal.